Wohnungstür verklebt. Ein ungebetener Besuch von falschen UPC-Mitarbeitern, die sich nicht ausweisen können. Polizisten in Zivil, die während ihrer Abwesenheit ihre Wohnung unangekündigt durchwühlen. Und statt der erwarteten Hilfe am Kommissariat maximal Schulterzucken. All das ist dem bekanntesten Opfer von Polizeigewalt in Österreich, Bakari J. innerhalb des letzten Jahres widerfahren. Das und noch mehr. Sören Dobritsch berichtet. Am 20. Mai macht Bakari J. einen Spaziergang, als er merkt, dass ihn ein unbekannter Mann auf einem Kinderroller verfolgt. Nach 20 Minuten stellt der Gambier den Unbekannten zur Rede. Ich habe ihn gefragt, warum Sie mich verfolgen? Wer sind Sie? Wer hat das Gesicht gesagt? Sind Sie ein Polizist? Und was hat er Ihnen gesagt? Ich sage, nein. Als der Mann mit dem Roller in die Bank geht, ruft Bakari J. die Polizei an. Die Polizisten befragen den angeblichen Verfolger noch in der Bankfiliale. Anschließend stellen sie Bakari J. die Frage, woher er wisse, dass der Mann ein Polizist sei, erzählt er uns. Ich wollte wissen, wer er ist. Er sagt, nein. Wegen das und das. Ich kann mir den Namen, wo er arbeitet und so geben. Bis heute weiß Bakari J. nicht, wer sein Verfolger war und was er von ihm wollte. Die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien teilt uns heute in einem E-Mail mit, dass der Unbekannte ein Kontrolleur eines Werbemittelzustellers sei und kein Polizist. Er habe Bakari J. nicht verfolgt. Seine Anwältin Susanne Kurteff ist über die Polizei empört. Tatsächlich ist es so, dass Bakari J. hier im Regen stehen gelassen wurde von den Polizisten. Er hat ja den Notruf betätigt und ist nachher nicht ins Polizeikommissariat gebeten worden, damit das Ganze aufgeklärt wird. Dadurch wird er natürlich wiederum psychisch sehr belastet. Als Bakari J. vor neun Jahren von vier Weger-Polizisten in eine Lagerhalle verschleppt und anschließend schwerstens misshandelt wurde, brachte seine Frau das Foto ihres entstellten Mannes zu Amnesty International. Seit damals verfolgt Heinz Batzelt die Tragödie des in Österreich lebenden Schwarzafrikaners. Bakari J. in der Ungewissheit zu halten, ist ausgesprochen zerstörerisch auf sein Wohlbefinden, auf seine ganz schwierige psychische Heilung. Folter braucht Therapie. Therapie braucht Sicherheit und nicht Ungewissheit von genau diesem Behördenapparat, von dem er einmal schon so katastrophal schlecht behandelt worden ist. Bei mir im Studio ist dazu Thema Redakteur Soran Dobritsch. Soran, du bist mit dieser Causa schon lange befasst, viele Jahre, hast dich auch mit den Exekutivbeamten unterhalten. Jetzt, was sind deine Eindrücke nach den jüngsten Vorfällen? Was ist da los im Rechtsstaat Österreich? Also wenn es nicht tragisch wäre, dann wäre es lustig. In Wirklichkeit ist es wirklich eine schlimme Geschichte. Ich habe am 22. April erfahren, dass vier angebliche Polizisten in Bakaris Wohnung waren, dass die Wohnung durchwühlt wurde und da habe ich angefangen zu recherchieren. Am 18. Mai habe ich die Polizei dann mit den Vorwürfen von Bakari und seinem Freund konfrontiert. Nach einem längeren Hin und Her kam dann die Stellungnahme, es waren zu 99% keine Polizisten. So eine Aussage habe ich bis dahin noch nie von einer Polizei gehört. Lustigerweise, gleich am nächsten Tag, nach der Sendung Thema und nach dem Beitrag über Bakari J., kam die Polizei am späteren Nachmittag mit der Aussage, es waren doch vier fremden Polizisten. Also das ist ein fürchterliches Bild, das die Polizei über sich selbst ausmalt. Und da habe ich mir gedacht, okay, schauen wir, vielleicht geht die Geschichte irgendwie irgendwann in die Ruhe. Also in Ruhe und der Bakari kriegt das, was er braucht. Tatsächlich Ruhe und Genesung. Und vor ein paar Tagen höre ich wieder das Gleiche. Er wurde verfolgt. Die Polizisten, die bei der ursprünglichen Folterung beteiligt gewesen sein sollen, sind ja zwischenzeitlich suspendiert vom Dienst. Drei von den Vieren versuchen aber jetzt gerichtlich sich zur Wehr zu setzen. Offensichtlich geht es da hier um die Schmerzensgeldzahlungen in Bakari J., die sie eben nicht bezahlen wollen. Wie stehen da die Chancen in diesem Verfahren, in diesem neu aufgerollten? Also das Schlimmste in Wirklichkeit ist eh, dass die Chancen 50-50 stehen. Obwohl alle vier damals 2006 gestanden hatten, dass sie Bakari J. misshandelt hatten. Einer von denen hat sogar gestanden, dass seine Kollegen ihn zu einer falschen Aussage veranlasst und gebeten hatten. Was sie ja danach eben auch gestanden hatte, erzählt hatte, was da alles passiert ist. Die Beweislage ist sowas von erdrückend. Und es ist überhaupt nicht verständlich, warum bis heute die Staatsanwaltschaft weder ein Ja noch Nein zu dem Antrag dieser drei Polizisten auf Wiederaufnahme des Verfahrens gibt oder sagt. Obwohl der Vierte sich nach wie vor verschuldig bekennt. Der Vierte hat sich also gleich bei der zweiten Einvernahme als schuldig bekannt, hat erzählt, eben dass seine Kollegen ihn gebeten hatten, den Schlüssel vom Lager mitzubringen. Der ist dort schmierig gestanden, während seine Kollegen den Bakari J. in der Lagerhalle misshandelt hatten. Es gab auch einen Zeugen, der das Ganze gehört hatte, der allerdings Angst vor der Polizei hat und mir kein Interview mehr geben darf und will. Und all diese Dinge, wobei noch die Polizisten ganz offen sagen, wir wollen das Geld nicht zahlen. Es ist ihnen zu viel. Der Anwalt verlangt derzeit, glaube ich, noch 375.000, zusätzlich einen Tausender Monatsrente, weil Bakari J. eigentlich in einem sehr, sehr schlechten Zustand ist. Da bin ich gleich bei der nächsten Frage. Was der Mann alles durchgemacht hat, ist wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen. Wie geht es ihm jetzt nach all diesen jüngsten Vorfällen? Also Bakari J. ist ein gebrochener Mensch. Die vier Polizisten haben nicht nur seine Seele gebrochen, sie haben seinen Körper gebrochen. Er hat mehrere Kopfbrüche, die übersehen wurden. Er ist als solcher dann eine Woche lang auf einem Betonboden in einer Zelle ohne Fenster, ohne irgendwas gelegen. Bakari J. hat nicht nur vor diesen vier Polizisten Angst, die bis heute offensichtlich nicht kapiert haben, was sie da ihm angetan haben. Bakari J. ist am Ende mit seinem Vertrauen in die Exekutive. Und ich muss gestehen, ich als Journalist und aber auch als Mitbürger, ich habe mittlerweile Angst. Weil die Exekutive ist eigentlich eine der wichtigsten Säulen einer demokratischen Gesellschaft. Und wenn solche Patzer, Fehler, wie auch immer man das bezeichnen würde, regelmäßig bei so einem Opfer passieren, dann weiß ich nicht mehr. Man wird sehen, wie dieser Fall weitergeht. Offensichtlich ist das noch lange nicht ausgestanden. Ihr von der Thema-Redaktion werdet auf jeden Fall dranbleiben. Soran Dobritsch, herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich danke dir für die Einladung. Dank der E-Card haben wir ja die Möglichkeit, uns den...